Wie machen wir BigBlueButton barrierefrei? Nun, das Tool an sich ist schon relativ barrierearm, kann man so sagen. Aber was ist denn, wenn wir beispielsweise Menschen mit dabei haben, die vielleicht nicht gut hören können? Das heißt, diese Menschen können zwar hier unsere Folien ganz gut sehen, können dann vielleicht unsere Bilder von dem Webcam sehen, aber sie sehen ja nicht, was wir sprechen. Und insofern hat BigBlueButton dahingehend ein nützliches Feature, was Leuten mit entsprechenden Hörbeeinträchtigungen helfen kann. Und dieses Feature ruft ihr auf, indem ihr auf dieses Zahnrad bei den Teilnehmern drauf geht und dann hier auf Untertitel schreiben geht. So, dann könnt ihr noch sagen, in welcher Sprache das sein soll. Ihr könnt auch im Nachgang noch weitere Sprachen hinzufügen. Wenn ihr mehrere Dolmetscher oder ähnliches dann habt, dann könnt ihr das sozusagen hier auch nochmal mit einfließen lassen. Also wenn es sozusagen auch um Übersetzung oder sowas geht, könnt ihr das natürlich auch nochmal mit nutzen. Wir gehen also hier auf Start. Und dann seht ihr, haben wir jetzt hier diesen Texteditor. Den kennt ihr von den geteilten Notizen. Und wenn ich jetzt hier mal was rein tippe, Hallo Welt. So, na, Hallo Welt. Und dann können wir jetzt hier diese Untertitel aktivieren, indem wir hier auf dieses Untertitel starten Icon hier gehen. So, da könnt ihr nochmal einstellen, wie das Ganze dann aussehen soll, in welcher Schriftgröße es sein soll. Also ich mache das mal für dieses Videotutorial einfach mal nochmal ein bisschen größer, so dass ihr das hier alles gut sehen könnt. So, Hintergrundfarbe ist hier schwarz. Untertitel Sprache ist Deutsch. Okay, stimmt so alles. So wollen wir das Ganze hier machen. Also, Hallo Welt haben wir jetzt hier geschrieben. Ich drücke mal hier Enter. Und jetzt geht die Untertitelung los. Naja, wie ihr seht, es ist gar nicht mal so einfach zu schreiben und entsprechend zu sprechen. Und insofern wollen wir uns jetzt hier noch ein Windows-Feature zunutze machen, das ihr aktivieren könnt, damit das Ganze nochmal ein bisschen flüssiger geht und ihr da nicht ständig nebenher tippen müsst oder so. Weil das ist natürlich schon mal ein bisschen anstrengend. Und ich denke, keiner von euch hat da irgendwie einen Stenografen oder so meist zur Hand. Und insofern wollen wir jetzt das Ganze mit Windows-Onboard-Mitteln lösen. Ich habe hier die aktuelle Version von Windows 10. Ich denke mal, die meisten von euch sollten auch diese Version haben. Ich zeige das jetzt erstmal nur für die Windows-User, weil ich denke, die sind in der Mehrzahl. Ich werde aber auch nochmal in den kommenden Tagen zeigen, wie das Ganze dann unter macOS funktioniert. Ihr drückt also die Windows-Taste und H und dann seht ihr, dass hier oben dieses kleine Fenster oder diese kleine Mitteilung hier erscheint. Also ihr müsst hier so draufgehen auf diese Spracherkennung und ihr müsst dann hier mal draufklicken und dann kommen hier die Einstellungen. Und da könnt ihr die Online-Spracherkennung von Windows aktivieren. Geht also hier drauf und aktiviert das Ganze. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, eure Daten, wenn ihr denn wollt, entsprechend mit Microsoft zu teilen, sodass die ihren Service entsprechend verbessern können. Das ist eine private, sage ich mal, Einstellung. Da müsst ihr sozusagen selber drüber philosophieren, ob ihr das wollt oder nicht. Ich lasse es an meiner Stelle hier erst einmal aus. So, jetzt mache ich das Fenster hier erstmal wieder zu. Wir haben ja das hier oben aktiviert. Und nun können wir mit Windows-H hier uns live untertiteln. So, ich drücke hier drauf und dann habe ich jetzt hier diese Untertitelung und kann die jetzt hier entsprechend so starten, dass ich hier sehe, dass das Ganze hier fortlaufend ist. Ja, wie ihr seht, hier kommen jetzt auch schon die Untertitel. Und so könnt ihr diese Windows-Onboard-Mittel nutzen, um hier diese Untertitelung zu machen. Ihr solltet natürlich darauf achten, dass ihr nicht zu schnell sprecht, nicht zu viele komische Fremdwörter nehmt. Und dann wird das Ganze hier, glaube ich, ganz gut. Wenn ihr sagt, ich habe jetzt hier sehr viel gesprochen, dann seht ihr, diese komische Sache hier wird immer länger. Da hilft euch, wenn ihr ab und zu mal ein bisschen die Enter-Taste dann drückt. So, wenn ihr die Enter-Taste nämlich drückt, dann hört das Ganze hier auf, aufzunehmen. Und dann ist das sozusagen hier alles mit drin. Das ist sozusagen noch ein kleiner Nachteil an dieser Stelle. Ihr könnt das also nicht ganz fortlaufend hier machen, aber ihr könnt dann immer sozusagen mit Windows-H das Ganze hier aktivieren. Und dann hört das Ganze wieder hier zu und dann gibt es die nächsten Untertitel an dieser Stelle. So, ja, und dann seht ihr, könnt ihr hier entsprechend diese Untertitelung vornehmen, so dass die Leute, die hier zuhören, entsprechend eine Untertitelung bekommen. Entweder in der Originalsprache, wenn ihr sozusagen selber ins Mikrofon sprecht oder aber wenn ihr jemanden habt, der das Ganze vielleicht nochmal in Englisch hier hineinspricht. Also da könnt ihr euch sozusagen das Ganze nochmal teilen. Und dann habt ihr hier sozusagen auch eine Übersetzung. Abschließend möchte ich euch natürlich noch darauf hinweisen, dass alles, was hier übersetzt wurde, auch herunterladbar und damit auch, ja, dokumentierbar ist. Indem ihr hier oben auf diese beiden Pfeile geht, könnt ihr hier das Ganze als entsprechende Textdatei oder als HTML, Microsoft Word, PDF oder sonst was speichern, so dass ihr hier vielleicht nochmal, falls da etwas nicht ganz richtig übersetzt worden ist oder verstanden worden ist, nochmal editieren könnt. Und das ist natürlich dann für alle Lernenden wiederum ein Vorteil, wenn ihr das macht. Natürlich ist es ein etwas erhöhter Aufwand. Das möchte ich an dieser Stelle nicht kleinreden. Aber es ist natürlich ein nützliches Feature, um mal zu schauen, ob vielleicht bei bestimmten Sitzungen bestimmte Dinge auch mitgeschnitten werden können. Ich hoffe, dieses ganz kurze Videotutorial hat euch geholfen, ja, dieses Feature vielleicht zukünftig zu nutzen, um vielleicht gehörlose Menschen oder vielleicht auch entsprechende Übersetzungen mit BigBlueButton live mit einzufügen. Falls euch das hier ein bisschen zu umständlich war und ihr sozusagen das noch ein bisschen flüssiger haben wollt, dann empfehle ich euch auch mein Tutorial zu der Untertitelung in Open Broadcaster Software. Da könnt ihr nämlich dann über euer Webcam-Bild eine Live-Untertitelung machen, die auch live übersetzt, die dann aber, sage ich mal, etwas schmaler ausfällt als in BigBlueButton. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und geholfen. Wenn das der Fall ist, dann lasst ein Like da und ansonsten abonniert den Kanal, um zukünftig kein Videotutorial zu verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!